Schön, dass Sie in der Altmark angekommen sind. Wir sind alle Mitglieder der Stendaler Migranteninitiative oder der Gruppe Refugees Welcome in Stendal. Viele von uns sind vor vielen Jahren aus einem anderen Land gekommen, um in Deutschland eine neue Heimat zu finden. Wir haben uns überlegt, zwei kurze Erklärfilme zu drehen, in denen wir versuchen, die wichtigsten Fragen rund um das Ankommen in Stendal oder im Landkreis zu beantworten. Dafür haben sich viele unterschiedliche Menschen engagiert und Informationen gesammelt. Wir erkundigen uns nach den ersten Aufnahmegesprächen in ihrer Unterkunft, nach Wohnungen, Deutschkursen und vielen anderen Dingen, die ihre ersten Schritte betreffen. Wir alle heißen Sie herzlich in Stendal oder in der Umgebung willkommen. Wir hoffen, dass Sie einen guten Start im Landkreis Stendal haben. Wir wissen, dass am Anfang vieles für Sie neu sein wird und dass Sie auch ein bisschen Geduld mitbringen müssen. Aber es gibt viele Menschen, die Ihnen hier helfen wollen. Wir als STEMI leben schon länger in Deutschland und möchten einige Erfahrungen teilen. Außerdem freuen wir uns über neue Mitglieder. Wir wünschen Ihnen viel Glück in ihrer neuen Heimat. Musik 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 Musik